Was ist denn los? Nein! Das zieht ja schon richtig. Das Heck ist nicht so richtig, das zieht ja nicht. Ich habe noch ein Auto da vorne. Was sagst du? Ja, da. Das ist schon der erste Gedunsch. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob da die Inkleide renoviert wird oder was? Oh, das geht doch nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich bin doch nicht los. Ich darf es dann doch aufmachen. Vorne noch. Was ist denn los? Ja, das geht doch hier. Das ging mir doch nur um es reinkommen, die Menschen rein tragen. Nächste, warum meinst du mit vorne auch? Ja, ich kann mal da vorne fahren. Mittwochs, wir sehen hier ja alles voll. Soll ich doch nur Wurst nicht mehr? Juhu! Waaah! Das sind doch alle! Also habe ich fand leider hier raus! Also, nicht mehr, Freunde! So! Wir haben nie auf den Herd noch der Kater! Jetzt habe ich glaube, Aber ich kann nicht mehr nach in den Herd! Jaaa! Ich weiß nicht, dass wir raus sind. Ich kann auch nicht verloren machen.